Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ja schon angekündigt, dass ich ein kurzes Video zu dem Stumblegeist Trick machen werde. Ähm, ja, das mache ich jetzt. Es ist eigentlich ganz leicht. Ich zeige es euch dann. Und der Trick ist in Spaceways. Es kommt nur halt nicht so oft vor. Das ist das einzige Problem. Ihr müsst da hinten auf die Berge achten. Da sieht man immer so einen kleinen Teil. Da hat man jetzt gesehen, dass das Ziel nicht in der Mitte ist. Und darf ich wissen. Aber, wenn ihr seht, dass das Ziel nicht in der Mitte ist, dann geht trotzdem in die Mitte. Weil in der Mitte habt ihr immer noch eine bessere Chance weiter zu kommen. Weil dann habt ihr immer den kürzesten Weg. Ich habe jetzt gesehen, dass es nicht in der Mitte ist. Und ja. Ähm, jetzt würde ich mich freuen, wenn ihr nochmal andere Videos angucken würdet. Also, das ist ein angegeiztes Video, wo ich gesagt habe, dass ich das mit dem Video mache. Das hat erst zwei Aufrufe. Also, ich fahre in meinem Kanal vorbei. So. Einfach hier durchgehen. Und dann... Hm, natürlich nicht in der Mitte, weil es der kürzeste Weg ist. Und ja. Und ja. Wie ich gesagt habe, nicht in der Mitte. Wir sind jetzt rechts gegangen. Wir haben den ganz langen Weg. Aber... Ja. Und dann im Finale wäre es so gut, wenn ihr einen kurzen Weg habt. Und deshalb... Ja. Ich zeig euch gleich noch einen Trick in... Äh, hier. Ähm. Ich verzei. Ich mache es auch schnell. Ja. Es ist voll das Leid. Ja. Sonst zeig ich euch den Trick, wie wir schneller da sein. Ähm. Und ja. Man muss es ein bisschen probieren. Manchmal funktioniert es nicht gleich. So. Man braucht einfach ein bisschen Geduld. So. In Botbash gibt es auch noch einen ganz einfachen Teil. Ähm. Ja. Ich zeig euch einfach alles. Dann... Möhm. Oh. 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 Ich mache das für den nächsten Video. Ja, hier geht's auch. Ich muss an der richtigen Stelle achten. Nein, knapp. Ich glaube ihr wisst, was ich für einen Trick meine. Aber es ist halt nicht so leicht. Wenn ich gerade anfänge auf PC bin. Und hier kann es leicht durch. Richtig mit Double Jump durch. Aua. Oh, schön. Oh, oh, oh. Ich habe es geschafft. Sorry. Sorry. So. Ähm, ein Bot Bash. Da ist es ganz leicht. Und zwar... Die Botbär ist jetzt hier dabei. Oder noch nicht? Nee, noch nicht. Du musst einen Spieler nehmen. Ich kann eigentlich mit 8 Spieler nehmen. So, gelöscht. Da. So. Ich bin gespannt. Und... Es gibt auch manche Tricks, die faken YouTuber, aber meine sind hier garantiert nicht gefakt. Ähm, ja. Und zwar, dass die da irgendwo da auf den Rollen stehen, habe ich schon ausprobiert. Das funktioniert nicht. Aber mein Trick ist, ich muss einfach hier reingehen. Da kommen diese komischen Käfer nicht ran. Guck. Okay, okay. Mal reden, das funktioniert. Hey. Okay. Kick mich hier weg. Er kriegt's. Ja, ja, ja. Ich bin schwer zu Ende. Ich war mir sowieso. Ja, ja, ja. Jetzt wollte ich mich noch killen, ne? Ja, ihr werdet nicht ganz Zeit kriegen wollen. Ich werde es aber nie schaffen. Okay, ihr werdet schaffen. Oh nein. Wie kann das faken? Ähm, ja, das war's auch schon mit dem kurzen Video. Oder... Nee, komm. Ich gebe jetzt 90 Juwelen aus, nur für dieses Video, ja? Also... Vor allem selten oder besser drehen. Komm. Einmal. Pfff. Ich muss jetzt... Komm. Es muss gut werden. Ich hab tatsächlich das Übel hinausgegeben. Nein, ich will nicht so gut rum schon die Namen haben. Hallo. Mann. Ja, okay, das war's dann. Und... Ciao.